Bei Five Nights at Freddy's geht es darum, dass wir in einer Pizzeria arbeiten. Eieieieiei. Man sieht ja da jung aus. Nur in dieser Pizzeria leben auch gefährliche Monster. Monster in der Pizzeria? Und die wollen uns töten. Ach, das ist ja nett. Und wir fangen an. Ja, jetzt ist 15 Uhr nachts. Und nun? Jetzt ist Duster. Zappenduster. Jetzt ist, glaube ich, die Sicherung durchgeknallt. Nee, nicht... Was ist jetzt? Jetzt bin ich hier im Büro. Was machst du denn da? Macht das Licht an. Jetzt sind alle die drei Geister, die mich da abmorpeln wollen, die mich da töten wollen, die sind ja noch zusammen. Aber wie kann ich die denn verjagen oder töten oder was? Habt ihr schon unsere neue Seniorenzocken-App runtergeladen? Ladet unsere App runter, sonst stehen wir vor eurer Tür. Ja. Ah. Ne, man, die Räume gucken. Es klingelt. Ne, dann geh ich jetzt nicht ans Telefon. Das ist aber unheimlich. Die spannen mich aber auf der Folter. Bin ich dumm oder höre ich irgendeine Musik? Gibt's hier Musik? Oh, die drei, wo sind die jetzt? Oh, die sind schon hier? Das kann ja nicht sein. Ach, das war das Ersatz der Lager. Und hier, die sind immer noch da. Wo ist jetzt, wo ist jetzt der Nervenkitzel? Tür zu. So, Tür zu. Jetzt bin ich hier im Raum. Jetzt kriegt er mich gar nicht. Schade, dass ich keinen neuen Römer habe. Dann würde ich sie jetzt abknallen, wenn ich sie da andauernd sehe. Ihr könnt jetzt ein Like da lassen. Und wenn ihr 90.000 Like schafft, dann kommt nächste Woche wieder ein Horror-Game. Es ist doch Mitternacht. Jetzt müssen sie doch böse werden. Los, nun bewegt euch mal, ihr Bande. Na, Küche ist okay, na. Na, nicht, dass ihr an den Kühlschrank geht und hier da... vom Napfkuchen nascht oder was? Also, nee. Jetzt ist einer weg. Oh, oh, jetzt muss ich in mein Zimmer. Und wenn ich den jetzt sehe, dann muss ich die Tür schließen. Das passiert nirgendwo was. Wollen die nicht? Schlafen die noch? Oh, der ist... Der hat sich weggeschlichen. Oh, das... So. Und was mache ich jetzt mit dem? Wie kann ich den aufhalten? Zwei Uhr nachts. Da fehlt einer. Wo ist er? Das ist ne Toilette, will ich nicht haben. Zur Zeit gerade mal nicht. Nein, er ist... Er ist auf der verfickten Camp 2A! 2A? Wo... 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 Wo ist er? Seht ihr den? Ist das sein verdammter Scheiß-Ernst? Gucken muss man... Oh, der ist doch noch so duster da drin. Ich seh... Ich seh keinen. Moment. Ich hab nur noch 29% am Akku und es ist erst 4 Uhr. Licht... Nee, muss ich erst mal anhalten. Vielleicht seht dann jemand. Was? Einer kann. Wo? Kann doch wohl nicht wahr sein. Denn... Dann mordet der mich hin und ich will das nicht. Ich fühle mich total unsicher, ja? Weil ich weiß, dass die irgendwo auf Achse sind. Ich... 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 Der ist schon wieder weg. Der ist... Der ist... Der ist hier. Ist der hier. Ist der hier. Oder sind die da? Das ist aber komisch ins Spiel. Ist ja ein bisschen wie Geisterbahn. Für ältere Leute. Oh, dann werd ich mal die Tür lieber schließen. Aber das kostet ja wieder Strom, oder? Zack. Ja. Und die andere lass ich auf. Mal sehen. Mann! Scheiße! Vielleicht überlebe ich nicht mal die erste Nacht. Also, ich möchte kein Hausmeister sein. Ich setze mich mal gemütlich hin und trinke eine Tasse Kaffee. Das sind zwei. Hier war einer, nicht? Hier war einer. Ja? Und wie war das nochmal hier? Und der andere war hier, nicht? Da ist keiner weg. Oben. Und so was hier. Jetzt muss ich aufpassen, ob einer da hier kommt. Aber... Kommt keiner. Ich mach die Tür jetzt nicht mehr auf. Jetzt ist Schluss. Jetzt könnt ihr da draußen bleiben. Opa hat sie jetzt versteckt. Ha! Damit er überlebt. Ich lass mich doch von euch keine Keule am Kopf hauen. Nein, nein. Ha! Ich bleib da drin. Also Opa klickt hier an allen Zimmern und sieht überhaupt keinen Monster. Ich seh hier nur flimmern. Denn jetzt kommt hier irgendwie so ne dusere Gestalt. Huhu! Nein! Da ist jetzt auch noch einer! Da ist er! Kann ich den nicht ermorden jetzt? Abschießen? Ich hab nur noch 6 Prozent! Ist ja echt gruselig. Ich seh weder Monster noch, noch seh ich sonst, also so ein Tier seh ich auch nicht. Bin ich ja blind oder ich seh eine komische Mauer mit lauter Bildern drauf. Aber was das nun sein soll, weiß ich auch nicht. Ne, also das Gruselspiel ist nicht so gruselig. Der ist weg! Wo ist der aus Camp 5, Freunde? Wo ist der aus Camp 5? Verdammte Scheiße! Ob ich die höre, wenn die kommen? Ich bin ja schon auf Null! Oder? Dann haben sie mich! Uuuuuh! Kein Strom mehr, keine Türe mehr zu machen. Ja hier irgendwo, wenn ich ja mal hier ne Tür sehen würde, wo ist denn hier nur ne Tür? Ah! Und nun? Ich hab noch nicht erzählt, was passiert, wenn der Akku hier... Oh! Der ist ja hier drin im Raum, das geht ja gar nicht! Ei! Ne! Ne! Hat der mir denn jetzt die Tür aufgemacht? Oh! Oh, das ist ja ein Geräusch! Wächst jetzt! Kap... Kap... Kap-kin-Akku mehr! Oh, kacke! Oh! Oh, jetzt kommt Musik! Hahaha! Ist ja so ne Musik wie der Zandmännchen! Lalo! Ich hör die Engel im Himmel singen noch! Hahaha! Nach dem Bösen folgt man Süßes! Das Glöckchen! Klingeling! Das ist ja echt witzig! Oh! Was passiert denn jetzt? Werde ich mit Gesang verabschiedet? Dusche! Oh! Ja! Du hast es geschafft! Ich hab's geschafft! Nicht gesehen! Versucht zu reagieren und zu schaffen! Das sollen wir mal innen noch machen! Der ist da weg! Schmelzverdicht! Hat er mich gefressen? Ist er da? Nee, das ist meine Kissen! Ist er nicht? Also ich geh mal wieder zurück! Oh! Wo war der? Schon in meinem Zimmer jetzt! Hallocke! Game over! Hast du ja schreit? Nö! Ist was für Kinder! Ist soft! Das war's! Also ich find das Spiel ein bisschen merkwürdig! Es ist jetzt nicht so ein Horrorspiel, wo Blut spritzt! Das find ich ganz furchtbar! Ach, das ist gut! Aber aufregend! Ja! Dann müsste da schon so eine Hand rauskommen auf einmal! Pst! Dann! Nach mir greifen! Da würde man sich vielleicht erschrecken! Das ist ja ein beschissenes Spiel! Ja! Wenn du mich fragst, ob ich normal spiele, dann sag ich nein! Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber mir läuft hier überall der Schweiß runter! Ey! Ach so! Ja! Halleluja, 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 Halleluja.